Erstmal schauen, was für Leute es hier gibt. Yo, Buffs, Spongebob, Schwammkopf mit ner Maske. Mit ner Maske einfach. Wir müssen raus. Wir müssen raus, Bruder. Ja, los geht's. Ich schau mal kurz, wohin wir gehen. Super. Ja, ist relativ klein. Wir gehen nach rechts, wenn du rauskommst aus der Base. Okay. Let's go, der Grüne, es geht in die Mitte. Let's go, wenn du jetzt durchziehst. Oh ja, fast Bridge. Ich geh schon vor. Ab Bett. Deine Mutter! Deine Mutter, ich nehme dich aufs Landtag. Ja, hab ihn. Oh Gott. Und der andere? Wo ist der? Äh, in der Mitte. Okay. Ich geh mal zu den Dias. Das Ding ist, Blau kann uns übel leicht überrumpeln. Weil Blau muss noch eine ganz kleine Brücke bauen. Und die hier müssen zur Insel und dann zu uns. Dann machen wir erst mal verteidigen. Also müssen wir uns verteidigen und angreifen. Ja, ich hab die Diamantinsel. Hat easy geklappt. Ich bringe die zurück und dann, äh, versuche ich mal die blauen, äh, den Etian zu klatschen. Ich lasse das Gold mal hier. Und geh jetzt mal rüber zu, äh, den... ...Aqua. Wieso heißt das Aqua, Alter? Aqua ist so ein... Wer nennt die scheiße Aqua? Aqua ist ausgelöscht worden. Äh. Seh ich, seh ich gerade. Ja, warte, holen wir. Hier. Ja, hab ich doch. Ja, hab ich, hab ich... Ich hab genug jemanden. Absolut blau. Ja. Lass uns noch in die Mitte gehen. Dann können wir Invisportion holen. Achso, so willst du vorgehen. Okay, ja. Bin schon oben. Oh, äh, blau ist gerade alleine, gell? Äh, wie viele Emirates brauchen wir für eine Invisportion? Oder für zwei? Zwei. Oh! Oh! Huch! Ich bin uns nicht wahr, ich bin uns nicht wahr. Die haben wahrscheinlich in der Trap, gell? Schießen in der Hand, mach mal den Rest kaputt. Hab's. Was? Nice, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Wir haben jetzt so gut wie jeden Nachbarn. Hol die Nachbarn, äh, ähm, unsere DIA Nachbarn. Geh mal zu deren Base. Ah, ich weiß nicht, da ist halt Pink und Pink ist das einzige, was gefährlich sein könnte jetzt noch, gell? Stimmt, Pink ist das einzige, was gefährlich sein könnte jetzt noch, gell? Stimmt, Pink ist das einzige, was gefährlich sein könnte jetzt noch, gell? Ich hab ne Idee. Ja. Die braucht aber mehrere Schritte. Ja, okay, hör dann. Und will dann... Hör aus. Also. Wir holen uns Enderperlen. Okay. Wir beide. Ja, red weiter. Einer holt... Oh, ne, ne, ne. Lass uns einer Enderperlen holen und der andere holt so ein Bulljack. Ah, okay, ja, verstehe. Sagen wir zum Beispiel, ich bin der Typ mit Enderperlen. Das heißt, ich mach wohl mit Enderperlen und Enderperlen. Ja. Du machst das Bulljack mit den Pink rüber. Nachdem du das gemacht hast, tu ich mich an so ne höhere Stelle tippen, bei denen. Und unsichtbar machen. Und baue mich dann rein, wenn du mit denen, äh, ein Duell hast. Ah, okay. Ja, ja, ja. Und du machst so ein Sneaky Move und post ab. Genau. Ah, okay, hört sich gut an. Ja, das ist gut, das ist gut. Oh, blau kommt, blau kommt, blau kommt. Ich hätte immer fast runtergeschossen. Ich bin unterwegs. Einer ist runter. Sehr geil, sehr geil, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Der andere ist... Ah, der ist weiß, glaub ich. Warte, warte, den krieg ich. Ne, den kriegen. Oh, ja, hab's gesehen. Ich hab's gedacht. Kannst du den nicht runterschießen? Stimmt. Also, jetzt mal real talk, so. Hab ich. Echt? Nice. Bridge Egg, Bridge Egg. Okay, ja. Okay, warte, Feuerwehr geht vorbei. Let's go. Einer Bridge Egg ist irgendwie, war irgendwie wack jetzt. Ich bin drin. Ja, okay. Ja, ich, immer, ich halt sie auf. Mach Haarekitz. Ja, Haarekitz werden gemacht. Oh, Junge, ich hab's zurückgeschossen. Ja, ich hab's über Gas gekauft, ich hab sie geholt. Als ob. Oh mein Gott, so billig. Nami. Junge. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja, ja. Schieß, schieß, Feuer, Feuer. Nein, ich hab keine Pfeile mehr. Oh mein Gott, das war der beste Plan ever. Oh, das weiß, nein. Ich bin tot. Egal, egal, wir haben immer den. Oh, Job Run König, komm. Das war so ein guter Plan, Digga. Ich bin tot. Ich hol noch. Nö, ist dir nicht übel. Dir ist es dran. Oh, da ist einer. Pink. Komm, der muss jetzt sitzen, der muss jetzt sitzen. Wo ist Pink? Wo? Äh, der baut sich grad zu uns, der baut sich grad zu uns. Oh mein Gott, wir haben ihn abgelenkt. Oh mein Gott. So, beide von der Base entfernt und haben ihn damit abgelenkt. Heilige Scheiße. Oh, Junge, Alter. Gut, gut. Wir haben schon Fallen in unserer Base, oder? Äh, ich bin der Base. Ich bin der Base. Weiß weg mit dir. Danke. Junge, Alter. Ja, grau holen. Ah, fuck. Mit dominieren und grau holen. Äh, das einzige ist grau, das einzige Team, was noch lebt. Ja, das ist unser Ziel. Oh, ich sehe grau, ich kann ihn runterschießen, glaube ich. Du, 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 du. Warte, 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 ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Vermischen könnte, gerne in dir. Ah, die bauen da richtig. Ich hab grad Legs, das mit Kacke, weil ich glaub grad über ne Brücke. Wenn du mir hilfst, schaffen wir es. Ich bin grad ein bisschen Repp, ich kann nichts machen, ich bin äh am Leggen. Wo bist du? Äh, bei Rot, bei Rot in der Base. Ich glaub so. Nein, geh zurück, geh zurück. Aber ich hab das. Ich hab mich fast Gold geschossen. Ich hab doch, du wärst bei Rot direkt drin. Nein. Ja, mach ruhig auf. Ich hol nen Upgrade kurz noch. Siehst du, ich hab den jetzt schon gehittet. Oh, Feuerwehr zurückgeschossen. Ich tu deine Base kaputt, mal damit du den nicht rüberkommst. Ja, wichtig. Oh, Alter, die Combo. Oh, nochmal, nochmal. Der Feuerbälle, Armin, Armin, ihr schießt habt ihr ein. Ich schießt habt ihr dann geschossen wird, der fühlt sich ab in Belgrad. Oh, nochmal getroffen. 12 HP. Oh mein Gott. Ach, 12, äh, 7 HP. Ich war eine Bombe. Feuerwehr. Oh, er hat die Panik. Oh mein Gott, abgefugt. Warte, warte, er hat die Ding. Er ist zack, er ist zack. 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 Rot. Er ist zack. Er ist zack. Dieses Mal bleiben wir im Mittel. Wir holen uns jetzt einfach so viel Equip bis wir so voll sind. Wir könnten folgendes mal. flammer ist das noch ein schade ich kann aber immer schon so locker bin ich jetzt ja ich glaube zwei ok nein wir sollen um ja genau und genau genau beide in bis zack rein und direkte weiter sogar ja ja beide weil natürlich ich will das jetzt gewinnen hier das ist wir spielen ja nicht mit halben mitteln menschlich gesehen ziemlich abstoßend schwer rumlaufen ich habe ein bogen falls ich ihn irgendwo sehe das hier direkt unterschießen ich sehe ich sehe nicht sehen habe ich es bei grau ist erst wirklich bei ihm in der base okay ja auch zu gelb zu bingst ich habe das so dumm geworfen als ich wusste nicht dass das so dumm ist pass auf pass auf ich kann nicht ich kann nicht rüber gehen sonst schießt er mich runter ja der über mitte geber mitte über seine mitte ja ich trinke jetzt ich bin der wiss ich bin der wiss ich bin der wiss ich darf es nur kein geräusch machen aber die haben gleich eine falle noch okay andere gold apfel bei gar nicht und vor der hat sich den gold was was kurz abzug ich habe ich als gold dafür auf vorsicht der tt was ist das dicker das kategorien erster was er rennt weg was macht er er so oft damit da hinten ist er läuft da gerade mit so rum und gar mit er läuft rüber 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 er ist dann nicht mehr ist er nicht mehr müssen hoch zur mitte er will unser bett holt ja wahrscheinlich auch so ein camp game jetzt wird sich ne der läuft einfach weg ich bin einmal gegen so ein flock gelaufen also hat so von herzen fangen hey wo euch ich erst bei erst bei grün erst bei grün grün ist das rüber wir haben keine menschen mehr oder haben wir man kann dafür immer ich bin gleich da ich bin gleich da herr komm herr komm herr komm herr ja wo ist er weg mit dir weg mit dir in die ecke ja ja die erste runde können wir mal kurz erwähnen alter dass wir einfach drei wochen lang gefühlt die ganze zeit versucht haben zu gewinnen und jetzt die erste runde gewonnen haben